Dr. Abigail Tyler Ich wache fast jede Nacht auf. Und Sie werden von nichts Ungewöhnlichem geweckt? Nur eins ist seltsam. Da ist eine Eule vor meinem Fenster. Eine Eule? Ihre Augen sind groß. Eine weiße Eule. Sie sieht mich einfach nur an. Haben Sie sie schon früher gesehen? Tommy? Einmal als Kind. Sie starrte mich nur an. Ich hab sie schon oft gesehen. Jede Nacht dieser Woche. Vier, drei, zwei. Erzählen Sie mir von der Eule. Es ist keine normale Eule. Es ist keine Eule. Es ist keine Eule. Nein. Diese Stimme spricht Sumerisch, die älteste Sprache der Menschheitsgeschichte. In jeder sumerischen Ausstellung gibt es Skulpturen von Männern in Raumanzügen und Sauerstoffmasken. Raketen, die an die Apollo erinnern. Glaubst du an Entführungstheorien? Du meinst Entführungen durch Außerirdische? Ich hab noch nie so viel Angst in den Augen eines Menschen gesehen. Was ist los? Nein! Es gibt mehr vermisste Personen in Norm als in jeder anderen Stadt Alaskas. Hilfe! Ich muss es aus meinem Kopf kriegen. Es steckt da drin fest und ich kann nicht mehr klappen. Was haben Sie gesehen? Sie waren dort! Ich kann es nicht erklären. Jemand oder etwas kam in mein Zimmer. Und sie haben mich mitgenommen.